Servus Leute ich bin's wieder Marc ich hoffe euch geht's allen gut und willkommen zu meinem nächsten Teil von Elden Ring und hier habe ich zuletzt aufgehört ich bin hier auf einer einsamen Insel draußen im Meer das hier ist wie ich jetzt denke und hoffe der letzte Endgame Bereich weil hier hat das ganze angefangen wie ich finde das war der erste Endgame Bereich dann habe ich mir gedacht okay hier ist der große Erdenbaum da wird es dann definitiv zu Ende sein nein war es nicht dann bin ich hier in diese Area gekommen dann habe ich gedacht wenn ich das hier fertig habe dann komme ich zurück in diesen Bereich nein war nicht ich bin von hier darüber gekommen und ich hoffe langsam es neigt sich jetzt im Endeffekt weil ich einfach mal wieder was anderes spielen möchte deswegen gleich mal los und ne ich muss da hoch sagen muss man jetzt ein bisschen lauter machen ich habe von oben schon gesehen ich war wo war ich denn dass ich euch das ungefähr mal zeigen kann da oben irgendwo war ich und dann habe ich von da oben schon gesehen dass vor der Boss Area schon ein Boss wartet ok aber ich muss ihn nicht machen oder das mache ich auch nicht wenn ich ihn muss der bestien kliniker dann ernst hey du behindende du sollst tanken weißt du nicht mal mein plan so ich mach den boss das allererste mal er muss auch sagen meine waffe ist wirklich schon ziemlich op aber das wird sicher nicht gewesen sein er mutiert bestimmt zu irgendwas wie meistens in diesem game ich bin ja noch in der party ups das war mein bruder ich hoffe ihr habt es nicht gehört sorry jetzt wird es gefährlich es sieht sehr mobil aus sehr agil dann hat er noch krassisch ja 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 Es ist schon wieder ein richtiges Missgeburtenspiel. Muss ich einfach so sagen, ich muss es einfach so sagen. Ich finde es einfach so krass, wie die Gegner hier sind im Endgame-Bereich. Mit ihren Moves, die machen Rolle hier, Rolle da in der Luft und dann schmeißen wir, geht es so auf den Sack. Warum habe ich keine volle Energie, wenn ich jetzt gespawnt werde? Was soll die Kacke? Ja, das nervt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist jetzt das erste Mal, dass wir gegen ihn gekämpft haben. Natürlich geht es in die Hose. Habt ihr gesehen, was der wieder für Rollen machen kann? Das pisst mich schon wieder so an. Das ist einfach... Das Spiel ist sowas von unverschämend. Jetzt hau du bloß ab von mir. Bis zum nächsten Mal. Ja, gehein'in dehors. Ja, da war's. Ja, da war's. Das war's. Hat er die Moves schon vorher gemacht? Ich glaub nicht, oder? Das können wir wegmachen. Wir haben sie schon mal gesehen. Fuck, fuck, fuck. Was ist das gleiche macht, Alter? Und wenn du mich... Das ist wieder so episch. Hey, was ist los hier? Ist der Tod? Wer verfolgt mich hier von euch? Ich hab's geschafft, ey. Besser gesagt, hier mein Diener. Ich muss es nicht verstehen, das Spiel. Ich schau's nicht. Es ist okay. Ich schau's nicht. Hachat sein. Ich schau's nicht. Ich schau's nicht. Ups. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ja. Aber diese Moves. Danach erzähle ich weiter. Ich werde auch die impenetrableen Thornen bürzen. Auf Wiedersehen, es ist dann. Du wirst noch Elder Lord sein. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich habe einfach schon ein bisschen die Schnauze voll von dem Game. Manchmal kommt man sich echt vor wie ein Punching Ball hier vom Boss. Ich muss aber sagen, dass ich, wenn ich diese Videos mache, ich manchmal oder öfter so ängstlich spiele, weil ich einfach nicht vor der Kamera versagen möchte. Ihr wisst ihr vielleicht was ich meine. Deswegen könnte ich mich vielleicht etwas verstehen, aber das ist gar nicht so gut, weil dann schaffe ich es erst recht nicht. Ich müsste einfach immer so locker und flockig spielen, so wie ich es die ganze Zeit getan habe und dann ist es wirklich kein Problem. Und wenn ich die Kamera aus habe und ich nehme nichts auf, dann ist es auch wirklich so der Fall. 241.000. Kommen wir nochmal zu dem zurück, warum ich gelacht habe. Ich habe gelacht, weil das war der letzte Boss von dieser Area. Ich kann euch aber eins sagen, ich habe hier gegen einen Geheimboss gekämpft. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass dies der geheime Endboss von dieser Area ist und das ist eine riesen Drache und der ist so schwer. Und im Gegensatz zu dem letzten Boss, also ich verstehe das Spiel manchmal nicht so ganz, aber okay. So, wir machen mal die Kondition hoch. So, dann... 20.000 brauchen wir noch. No problemo. Ey, ich wollte nur 20.000. Oh, sorry. Jetzt habe ich viel zu viel. Ich habe gar nicht gewusst, dass diese eine Rune es so viel gibt. So, mal auf Konditionen, was sehr wichtig ist. Ah, jetzt bin ich hier. Das können nicht reisen. So, was mache ich nicht. So, was mache ich nicht. So, was mache ich nicht. Wissen Sie, wie sich das gerade anfühlt, wie das Ende... Aber das habe ich schon zwei oder drei Mal gesagt. Aber das ist... Definitiv fühlt sich das jetzt echt an. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ich muss doch da über die Seite rein, anscheinend. Ja, das kenne ich hier. Hier kam mal so ein richtig... Heftiger Gegner. Da war ich so mittendrin in diesem Bereich. Und ähm... Der hat Moves drauf gehabt und meine Ausrüstung war... Ja, die war nicht gut zu dem Zeitpunkt. Ich habe ihn mit einem Schlag fast gar nichts abgezogen. Das war wirklich nur ein normaler Gegner. Das Spiel ist manchmal wirklich etwas... So, was ist hier los? So, was ist hier los? Wir haben uns gebeten. Wir haben mit dem Geburtstag gewandelt... Und vielleicht über eine Angelegenheit... Ich habe ihn wie ein 어머ner sein. Ich habe ihn auf meine Knie gewidiert. Ein Kind ist kein Mensch. Ein König. Nicht sogar dich. Ein Mann. Du kannst nicht einen Geist töten. Zum Glück habe ich eine Freundin, die das so gut akzeptiert, definitiv, weil ich habe mal eine, die hat das nicht so gut mitgemacht und ähm, ja wie soll ich sagen, mir war es scheißegal, das ist halt mein Hobby, das mache ich gerne, ja ich finde ein Mann muss Mann sein, ich darf sie nicht unerkannt sein. Die Mischung macht es am Ende, ne? So, sieht aus wie es Ende hier, ich habe wieder 180.000, uh! Dann machen wir gleich nochmal ein Level hoch. Ah, das Konditionsding. So, Willkung, da haben wir denn. 66.116 brauchen wir, die Hälfte fehlt. So, Leute, jetzt kommt definitiv das Ende an, das kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Ich bin gespannt, wer mich unterstützt. Außer meinem Geist. Niemand, okay. Jetzt geht's ab, Leute, definitiv. Jetzt werden Kopfnüsse von mir hoffentlich verteilt, nicht umgekehrt. Und er hat einen Bizeps. Boah, heftig. Schauen wir mal seine Doppelachse an, wo er steht. Ich bin gespannt, wie es ist. Oh, 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 ich mich erschrocke, mein Kontroller wieder. Ja, ich bring ihn mal lieber in die Hand. Godfrey, so heißt der Name. Godfrey. Oh, das Spiel ist so episch, ey. Es ist episch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. cool zu bleiben das ist nicht hart was mich so ein bisschen stört an diesem game ist einfach das hat immer so seinen bestimmten ablauf man sollte diesen nicht unterbrechen weil sonst kommt man irgendwie aus der reihe so ist es wirklich ich bin aus der reihe gekommen ich habe mich durch seinen schlag treffen lassen ich wollte mich heilen und dann ist es schon zu spät ich komme nicht mehr ins spiel ich muss einem ausweichen was kommt und danach kann ich mich erst kommen was soll das ich habe gedrückt ich habe gedrückt man das habe ich so oft hier in diesem spiel es ist mir schon öfters aufgefallen ich bin schon wieder stinksauer ich drücke b er macht es einfach nicht er macht es einfach nicht in dem moment wo ich es möchte ich muss immer irgendeine sekunde abwarten oder so ich verstehe es einfach nicht ich habe es gedrückt ich weiß ganz genau wann seine war er seine axt schwingt ich drück und nein er macht es nicht soll das helfen voll 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 na klar der hat so viel musch wieder drauf er ist verwandeln er sich wieder ist ja klar anders können die ja nicht das spiel ist immer so vollgepackt mit 1000 sachen man muss es immer übertreiben warum hab ich so gut ich hätte auch gern gut gut abwürdig kranker scheiße hey ja er ist überdimensional groß wieder das spiel hat ein bisschen was von resident evil wie ich finde weil der letzte boss der verwandelt sich auch noch mal das ist genau wie hier zu viel testosteron eindeutig jetzt hätte ich genau mal geputzt da ok jetzt wird es glaube ich unangenehm nein 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 ey willst du jetzt mich verarschen oder was was ist hier los mit dem game dann hat er mal richtige kopfnuss von mir gekriegt so wie es sein muss ich habe es glaube ich geschafft leute ich bin der neue elden ring der fürst ich will es auch nicht mehr sein ich will einfach weg von hier definitiv oh man ey das mit der kondition nervt mich das mit der kondition nervt mich das war es bestimmt noch nicht das wäre ja untypisch für dieses spiel ach man ey ich pump alles in das letzte rein das nochmal für angriff da da an das So, ich sag's gleich im Vorfeld. Was ist das jetzt? Ne, nicht schon wieder ein Boss. Oder was ist hier los schon wieder? Das hört nicht, ich sag doch, das nimmt kein Ende. Das ist, wie ich finde, einfach too much langsam. Und ich bin kein Hater von den Souls-Spielen. Dark Souls 2 habe ich geliebt, aber das hier wird... Es nimmt kein Ende. Das hört einfach nicht auf. Da kommt schon wieder was. Was kommt jetzt? Und wie viele Bosse habe ich jetzt gemacht in dem Video? Eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf. Das ist ein Marathon, der Bosse, ne? Boah, die Musik ist halt wieder göttlich. Die braucht auf jeden Fall einen Chirurg, einen schönen Ernst Chirurg. Mann, okay. Mann, okay. Nein, nein, nein. Oh, die framerate. Habt ihr es gesehen zum ersten Mal? Alter, was geht hier ab? Ey, übertreib halt wieder, ne? Ja. Na mal, nochmal 80 Blitze, ne? Hast du nicht genug? Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Geheilt sich. Du bist ja der total hängig. Hättest du gehabt, werd ich einfach nur abgewartet. Ich hab, mir steht schon wieder bis hier oben hin. Sorry. Das ist mir einfach, ich bin genervt von dem Spiel. Man übertreibt jedes Mal. Man macht ein gutes Spiel einfach, man übertreibt, man setzt hier einfach kein Ende. Man setzt hier gar kein Ende. Ich bin genervt, wirklich. Das ist eines der besten Spiel, die ich gespielt habe. Das wird dadurch einfach versaut für mich. Danach kommt bestimmt wieder noch was. Und nochmal was. Und nochmal was. Und nochmal was. Warum bringen die Kleinen nicht noch ne zweite CD raus, nur für Bossfights? Hier, Elden Rings Bossfights Vol. 1 oder sowas. Das wär doch mal was. Hey, sorry, da bin ich. Das wär doch noch was. Das wär doch ein bisschen. Das wär doch ein bisschen. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Da komm ich zu na und da wird schon wieder was, genau, genau, na, genau, lass ihn nochmal explodieren, ey, wow, und nochmal, boah, ist das dreckig einfach. So, Leute, ich komme aber jetzt zu einem Ende, weil mir hängt es langsam schon ein bisschen raus und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf, ich werde jetzt erst mal was essen und danach, später mache ich das Ende, Teil 2, mir hängt es einfach schon raus, das man weiß einfach nicht, wann Stopp ist und es kommt Boss, weil es kommt noch einer, 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 noch einer, noch einer, macht mal einen Boss, kommt noch einer, er verwandt sich nochmal, kommt noch einer, er verwandt sich nochmal, ey, was soll das, was, was, sind da die Ideen ausge, das sind einfach die Ideen ausgegangen, für mich, total, was, das ist ein richtiger Kindergarten für mich, es ist so deswegen ich mache jetzt einfach mal einen Cut an dieser Stelle dann hat sich die ganze sache und dann werde ich das im nächsten video angehen also leute mir einfach nicht übel nehmen ich bin aber schlecht gelaunt weil mich einfach es nervt ich sage euch mal was ich habe die Souls spiele geliebt Dark Souls 2 war mein erstes Souls spiel das war so göttlich einfach und wenn ich das so vergleich damit ist es finde ich viel besser weil es ist einfach es ist schwer aber es ist nicht übertrieben gemacht ich weiß noch der eine DLC Boss oder DLC Bosse die waren die waren hart aber es war noch im Rahmen ich weiß der eine oder andere wird sagen nur hart es war noch viel schlimmer aber das hier ist einfach übertrieben man kennt hier einfach kein Ende ich muss jetzt schon wieder einen Boss machen ich kann euch mit garantie sagen dass noch mal ein Bossfighter danach kommen wird und noch mal einer und noch mal einer da bin ich einfach raus leute könnt abonnieren wenn ihr wollt ich würde mich sehr darüber freuen dass wir balsam für meine Seele liken und kommentieren ich würde einfach sagen bis zum nächsten mal Servus